Buffalo Drive Station externe Festplatte USB 3.0 nennt sich HD HXU3 1TB wird angeschlossen wie gesagt über USB 3.0 ein wenig Software ist auch noch dabei hier steht es schon die gute ich habe es schon angeschlossen an das Asus N61JQ Notebook hier vielleicht noch mal ganz interessant am Netzkabel der Festplatte befindet sich ein Ein- und Ausschalter ist vielleicht nicht so ratsam im laufenden Betrieb den zu benutzen prinzipiell aber ein nettes Komfortdetail angeschlossen habe ich das ganze natürlich über das USB 3.0 Kabel mitgeliefert auf dem Kabel befinden sich ein paar Angaben ich lese mal vor AWM E10 1344 Style 2725 60 Grad kann es wohl aushalten 30 Volt übertragen dann steht hier noch Space Shuttle Bindestrich D und Universal Serial Bus 3.0 also das richtige Kabel ist hier wohl hier haben wir auch den Anschluss für USB 3.0 das Laufwerk wurde auch ganz normal als Festplatte erkannt und zeigt dann den Inhalt des Laufwerks an hier befindet sich zum einen ein MAC Ordner darunter findet man das Manual aber auch Dateien die sich nennen Live Agent DMG und Turbo USB DMG sicher die nötigen Dateien um halt auf Apple Computern die Platte im USB 3.0 Modus zu betreiben für Windows User findet sich dagegen die Drive Navi Software die wie folgt aussieht so hier kann man sich ein paar Optionen ansehen zum Beispiel die Festplatte umformatieren die läuft jetzt eigentlich auf FAT32 kann aber auf NTFS halt umformatiert werden und das Turo USB kann hier aktiviert werden das mache ich gleich mal jetzt soll es erstmal hier die normale Installation angezeigt werden und da wird noch mal zusätzliche Software angeboten nämlich das Backup die Backup Software also ein Programm mit dem man seine eigenen Dateien sichern kann und das ganze System wenn man möchte und der Eco Manager ein Programm mit dem man festlegen kann wann die Festplatte abgeschaltet wird ob sie abgeschaltet wird oder nicht und halt ein bisschen Stromsparfunktionen für die Festplatte sowas habe ich aber schon installiert und hier wird dann noch mal angeboten die Festplatte zu formatieren das will ich aber nicht und hier die Turbo USB Funktion einzuschalten das ist zum einen die Unterstützung für USB 3.0 zum anderen aber auch noch mal eine Sonderfunktion von Buffalo die angeblich noch ein bisschen mehr Geschwindigkeit aus den Festplatten rausholen als mit normalem USB 3.0 schauen wir mal ich aktiviere das mal dann möchte hier die Festplatte deaktiviert werden dafür ziehe ich es einfach mal ab so dann ist sie aus und dann stopfen sie gleich wieder an sobald sie wieder eingestellt ist kann ich das fertig stellen macht einmal klack und dann ist sie an so dann wird mir bescheinigt dass ich das korrekt gemacht habe und komplett das ganze komplett installiert wurde die Backup Software und diesen Eco Manager die hatte ich vorher schon installiert es gibt aber noch eine dritte Funktion das ist halt das Turbo USB Setup da kann man das dann nochmal deaktivieren erstmal aktivieren oder halt die Einstellung beibehalten wie ich das möchte so unter der Abteilung Buffalo finden wir zum einen wie gesagt diese Turbo USB Oberfläche aber auch den Eco Manager soll ich da zulassen mit dem man halt für die Festplatte festlegen kann ja nach welcher Zeit sie an oder abschalten soll oder ob sie überhaupt laufen soll oder ob sie überhaupt abschalten soll wie man möchte ja das letzte was da mitgeliefert wurde war dann die Memeo Backup Software die rufe ich auch noch mal kurz auf ach so die läuft schon unten mit weil sie installiert wurde das heißt die kann ich hier die Oberfläche kann ich dann hier aufrufen ich habe schon ein Backup gemacht und zwar von den eigenen Dateien das ging sehr schnell das war nur ein paar Kilobyte weil ich ja noch nichts drauf habe auf dem Rechner ja das wollte ich noch mal kurz gezeigt haben als nächstes folgen natürlich Geschwindigkeitstests mit der USB 3.0 Platte vielleicht mit oder ohne Turbo USB aber vor allem auch im Vergleich zu der Seagate Black Armor WS110 die ich beim letzten Mal schon vorgestellt habe ja das werde ich dann im nächsten Video zeigen bis dahin erstmal der Matthias vom Cyberblog.de kei